Und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Folge von Stardew Valley. Wir gehen jetzt schön Kaffee einkaufen und mal kurz zu Clint. Bist ja noch aus der letzten Folge. Schauen wir zu Clint zuerst und dann kaufen wir Kaffee und machen dann Expresso raus, weil das ja kochen ist. Die finde ich ziemlich interessant, wenn das funktioniert. So, Clint. Oh, äh, ja, schon wieder der Typ. Kurz dafür vorbei, danke. Clint, mach mal auf, bitte. Habe ich? Habe ich? Okay, goldene Kürbis. Okay, äh, Clint, hier, hast ein Stück Eisen. Bürgermeister. Ich kann dich nicht erschrecken. Dann bist du es nicht wert. Ich habe ja nichts. Habe ich den Kürbis schon mal abgegeben? Okay. Passt das. Ähm, gut. Dann Expresso. Dann gibt es jetzt wieder so ein bisschen Metal Musik, während ich das kaufe. Ach, der ist, er kommt gerade. Okay. Kaffee und Metal. Ich habe jetzt Musik gerade ausgemacht, oder? Geht irgendwie nicht. Hm. Oho. Ah. 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 Ich habe dafür eh genug Zeit. Hm, hm, hm. Ja, wie teuer das ist. Ja, wie teuer das ist. Ja, ich bin schon drüber. Ich schaue, dass ich noch ein bisschen mehr mache. Ich gehe mal so auf 1000. Leider ist der Sound von Study Valley noch im Hintergrund. Ich weiß nicht, wie so der noch da ist. Okay. Ich dachte, ich könnte das hier doch ausschalten. Ich weiß nicht mehr. Das ist dein Problem. Meine Güte. Dann nichts wie rüber. Okay. Warte, ich mach da vorher noch etwas. Vielleicht ich geb das mal ab. Und mach jetzt ganz frisch den Kaffee. Dein Expresso. Ja, im Prinzip kann ich das ja hier nochmal durchziehen. So ein schönes Regenwetter. Draußen stürmt es. Das ist schrecklich. Irgendein Blockfrosch blockt hier rum. Das ist der berühmte Blobby wie Blobfrosch. So. Gut, das reicht schon. Und das reicht, wenn ich die jetzt verkaufe. Die sind frisch gemacht. Einfach drei Kaffee zusammenhauen. Bisschen umrühren. Reicht schon. Diamanten. Brauche ich die noch im Dorf? Hm, was mache ich jetzt? Weiter designen. Hier ein bisschen. Das waren ja in der letzten Kiste. Also jetzt funktioniert das ja auch nicht mehr. Ich wollte ja damit... Okay. Funktioniert das nicht? Da muss ich mir was anderes überlegen. Ich nehme die auch mal mit. Hm, hm, hm. So. Den hier abreißen. Aber hier geht die ja nicht entlang. Was? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Weil es wird sonst nicht schön aussehen. Kann ich hier auch nicht. Es ist nicht genügend Platz. Hm. Dann bloß, Erika. Hm. Dann schauen wir mal. Das heißt, überall, wo die Leute dann entlang gehen, kann ich nichts hinbauen? Das wäre irgendwie doof. Ich kann nicht mal rein. Darf ich mal durch? Ja. Äh, Diamanten. Perfekt. Hier. Viel Spaß damit. Habe ich sie eigentlich schon auf? Maximum? Weil Diamanten sind relativ billig. Nein? Okay. Ah ja, und die Omi mag ja auch Diamanten. Zu der könnte ich auch mal hin. Ist die da? Das ist der alte Sack. Den wir mal die Fernbedienung gebracht haben. Das wird zerstört. Hm. Schwierig. Hä, wo ist jetzt die Omi hin? Ihr Schleim ist. Ihr wisst schon, dass ihr mir so ein bisschen auf den Keks geht. Hm. Da. Da ist die Omi. 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 Äh. Diamant. Hier. Für dich. Das ist absolut fabelhaft. Gerne. Äh. Gut, was habe ich noch dabei? Du musst auch mit denen reden, sonst dauert es länger. Ach so. Ja, stimmt. Die Sprache. Omi? Ach, jetzt. Hä? Ach, da. Gruselig. Ich sehe dich nicht mal. Du hast eine alte Dame sehr glücklich gemacht. Oh. Sweet. Zählt das schon als Gespräch? Äh, Omi? Da. Ja, das zählt als Gespräch. Ja, mit Levis habe ich schon geredet. Blondi. Könnte mit jedem, jedem, dem ich mal begegne, einfach mal kurz ansprechen. Ja, Willy habe ich schon. Maximum. Äh, habe ich? Ja, perfekt. Äh, hier. Ich liebe so Zeugs. Ja? Ich freue mich schon auf den Herbst. Die kühle Bergbrise. Das rote Laub im Wind. Der Geruch von Pilzen. Seufzt. Okay. Hier. Ich bin so froh, dass du versuchst, den alten Hof etwas aufzupäppeln. Okay. Okay. Kein Ding. Kumpel. Die Sonne ist heute sehr intensiv. Ich befürchte, meine Haut ist ein wenig zu empfindlich. Oh, davon kann ich ein Lied singen. Ah, gut. Wart mal. Hier. Da bekommst du eine Pflanze. Ich hoffe, die macht er nicht kaputt. Ah, die Schleimis. Ja, okay. Ich muss hier mal wieder ein bisschen Ordnung schaffen, wie es aussieht. Okay. Schleimis. Willkommen zum Exitus. Kommt. Kommt. Kommt ran. Was ist der Ring? Ja, okay. Okay, das nehme ich. Dann habe ich eine höhere Gruppchance. Und ich kriege Kaffee. Also, ja. Das heißt, ich kriege jetzt gleich richtig Schaden. Ich hoffe, ich überlebe das. Okay. Ich habe jetzt schon Schaden bekommen, weil ich den Ring angezogen habe. Ich hätte... Ja. Das war ein bisschen was. Ich kriege die nicht. Nein. Ich kriege die nicht da drin. Exitus. Wie hier alles explodiert. Danke. Na, Schleimis? Kommt alle zu mir. Perfekt. Ich bin geschleimt. Fällt einfach mal ein Baum. Mal dann kurz schauen, wie viele Kaffees ich habe. Man kriegt auch einen dreifachen Expressor. Das ist gut. So. Was ist da hinten los? Oh. Okay. Das war Exitus. Und ich heile sogar ein bisschen. Weil ich töte. Das ist wesentlich effektiver als die Schleimfarm. Jetzt schon. Ja, eine Prisma-Scherbe. Nein, ich kann sie nicht mitnehmen. Äh. Weg damit. Ups. Ah. Ich sollte mal kurz Käse essen. Okay. Ich habe euch jetzt, glaube ich, genug ausgedünnt. Hier unten vielleicht noch ein bisschen. Hier ist man auf dem Friedhof. So. Das ist eine Schriftrolle. Äh. Was für eine Schriftrolle? Die rote. Die rote. Ach so. Äh. Gut. Das kann ich auch wegwerfen. Okay, nein. Hier ist nicht wirklich etwas. Ich habe nicht aufgepasst. Ich war jetzt zu... Ach. Ja, es war klar, dass das passiert. Hätte ich mir denken können. Habe ich jetzt Dinge verloren? Und? Tausend Geld? Natürlich die Jade. Okay, die Jade habe ich verloren. Das war blöd. Aber jetzt den Ring anziehen. Und nach Hause. Was habe ich jetzt so bekommen? Fast 300 Schleim. Das sind zwei Eier. Dann... Fast 100... Und 24 Expresso. Prisma-Scherbe. Dafür, dass die einfach da so rumstehen. Eigentlich ganz gut. Ja. Da wäre halt eine andere... Oh, schade. Ja, aber Jade ist jetzt nicht ganz so schlimm. Es ist mir nur ein bisschen blöd jetzt fürs... Okay. Ich sollte vorher Käse essen. Vorher noch einen schönen Käse rein. Gut. Jetzt kann ich wieder raus. Also ich... Sie können mir ja nichts mehr. Ich bin unbesiegbar. Ich bin auch... Ich bin der König des Käses. Ich bin der König des Käses. Ups. Ja, egal. Ist ein bisschen beleuchtet. Aber das hier sieht schon schön aus. Ich muss nur aufpassen, wo Pam langläuft. Aber dass die da wirklich durch jedes Schild durchläuft. Ach Gott, jetzt noch das? Ich habe nicht aufgepasst. Was war das jetzt? Ach, ich habe die Mission abgeschlossen. Stimmt. Käsekopf. Ja, da sind manchmal Löcher drin. Ach, Menno. Oh, es regnet. Okay, jetzt würde ich gerne noch was anderes machen. Dafür brauche ich jetzt Stein. Verschiedene. Ein bisschen Lehm. Nein, nicht das. Das. Ach, ich habe keinen Platz. Okay, die kann ich ja immer wieder nachholen. Weg damit. Die rote habe ich schon. Oder? Weiß es nicht. Vorsichtig. So, weg damit. Und Schleim verwerte ich dann gleich. Okay. Das reicht. Okay. Ich probiere mal was. Ohne. Kleine Kaffee. Let's go. Ich hoffe, das ist danach nicht weg. Ach ja, die Schleimis. Schleimis, ihr seid gerade echt ein Problem hier. Nein, das greift mich nicht an. Nein, verschwinde. Okay. Jetzt, wie mache ich das jetzt? Hier? Kleiner, du nervst. So. perfekt das sieht nicht gut aus und jetzt hier noch dazwischen ich fühle das jetzt dann noch aus aber c1 das ich war hier das muss sein ich brauche noch steine habe ich meine ganze steine hin sollte auch mal wieder sonntag ist da irgendwas besonderes ich glaube nicht hier brauche ich eigentlich gar nichts das bin ich schon wieder voll das ist ja unfassbar ok hier wäre jada also ich wollte ja eigentlich designen das wollte ich ja das hier will ich auch noch verändern ja unwetter ich habe es verstanden 3 4 markiert ja muss man ist wichtig hier vielleicht so und hier für die zwei rittern im café dann geht jetzt halt genau hier entlang mal überlegen ja meine katze macht das auch ja das muss man richtig ja ja gut prismastein was will ich mit dem äh ich bin jetzt ein bisschen lost aber ok ja komm gehen wir mal kurz zur schwiegermama weil ich muss da was einkaufen was ganz wichtiges was überlebenswichtiges ja jetzt sieht hier schon ein bisschen humaner aus obwohl ja ja gut hier nehme ich auch gleich mit fürs lager ja hier nehme ich auch gleich mit jetzt sehe ich gerade nichts gut jetzt äh chefin bitte 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 und dass du bist du ein haus bauen ein haus bauen das ist eine tolle idee ich brauche nur 950 holz und mach ich sofort das wusste ich gar nicht kann ich ihr einfach ein haus bauen ich habe das jetzt zum ersten mal gelesen was waren das 950 holz sollte gleich durchgehen ich wollte eigentlich ganz was anderes ich habe das jetzt zum ersten mal gesehen da hast du mir das schon mal erzählt dass ich das kann eigentlich weiß ich gar nicht das ist sehr großzügig von dir ich fange gleich morgen damit an es dauert so um die drei tage okay da brauche ich ja eigentlich nichts ja komm ich brauche steine auch jede menge steine noch die folge ist auch so gesehen schon überlänge mache ich das jetzt noch zum schluss schön zum schluss noch blub 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 machen ich gehe schon davon aus dass du fast alles weißt okay wir haben jetzt bald unsere 1000 und das Lied ist auch aus. Das spielt auch nicht weiter praktisch. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Lasst ein Like und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Schreibt nette Kommentare unten rein, würde den Kanal helfen und mir. Wie gehört der Kanal? Ist klar. Ciao, hau euch lieb.